aber ich muss ja gott sei dank nächste woche nur bis freitag 18 uhr arbeiten und freitag habe ich frei so wie fast jede woche das ist korrekt jetzt bin ich wieder guter dinge 18 so einstimmung gleich mal robert seine hassen noch gar nicht diese andere hässliche map heute gespielt die andere stadt meint so ist klar steht da granate des todes ach fuck oh enigma man kam von nein dieses telefon zeug benutzt scheiße ich bin traurig an aber steht mir doch im weg runter ja ja mich hat er auch noch gemacht alles klar der ist richtig hardcore drauf ich lass ihn mal schön der der mich umgerotzt hat ey ne ich würde sagen das ich kann das auch ihr wichser siehst du gleich noch einen keine einheiten der restflotte mehr in sektor a oh nein 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 oh hat er dann geschützt hingestellt ey ist gleich da anders geschützt ich will dann nix sein oh von den seiten da kommt es rein oh von hinten auch kommt der denn runter oh ja wow ich hab einen dollar erstmal abgeben ich werde jetzt so sterben scheiße ja girl mach dieses copgate viel näher hat sich erledigt es das haben wir ganz viel gerissen haben die trotzdem nicht bis jetzt ja genau alter halt ob der mich immer hin zum trifft man und die ist es doch jetzt erledigt was für ein lucky bastard alter super bereit machen für titanfall wir haben den titan natürlich wieder alter boah blut der fluss die schweiz dann die schweiz pusten mich mit zwei titans schweiz die schweiz die schweiz die schweiz die schweiz die schweiz die Ich habe ihn. Das Werk und der Restkotte nähert sich. Die Gewinnläufe, weiter sieh! Komm, komm! Alter, wie viele da waren! Ach man, dieser El Nino, der geht mir auf die Eier! Wow! Die spielen alle diesem Titan, verpisst euch doch! Scheiße, da kommt wieder einer. Ja, ist gefällt. Als ob der mich da innen trifft mit dem Ding, Mann! Keine Einheiten, der Rest schlotte mehr in Sektor B! Das ist doch cool, Schild, Mann! Nächte! Ja, genau! Er dreht sich um und gibt mir den perfekten Schuss! Ach komm, Alter! Deine Mutter ficken! Das ist der nächste Titan! Mann, leck mich doch am Arsch! Mann, leck mich doch wieder her! Oha! Oh nein! Oha! Oha! Junge, ey! Du bist so einfach und so! Biss ja! Ja, wo kommt denn hier ein Titan? Schiffne her! Toller Sturm, jetzt riech dich zu Ende, wie los! Oh oh Alter, drückt mir gleich seine Ulti in die Fresse, ne? Ja, aber ich bin fast dumm Ach komm schon, Alter Was ist das für, was sind das für Hurensohnigen, die wir beim Spielen? Schade, hätte ich fast gehabt Diese wunderschöne Raketenwerfer in die Fresse gesetzt Viele, ne? Stehen alle vor, alle von den Titans, ey Alles lag Ach komm, genau, er kann durch seinen Kumpel-Titan durchschießen, aber ich darf das nicht, oder was? Ja, er trifft mich um den Titan herum, das ist doch nicht erledigt Darf ich bitte noch weniger treffen? Das ist doch schade Danke schön Aufgrund der mich mit dir gewinnen Ausgezeichnete Arbeit ... ... ... ... ... Der Hector, Alter. Ach, fuck, doch die Bitch ab. Der Hector, der Restplotte nähert sich. Ach, komm schon. Fuck. Ich lasse euch mal die verleiten Kiecher. Der Hector, Captain, den Hector ist bald einsatzbereit. Jetzt ist Titan Battle in der Mitte, Alter. Ah, der hat Smart System an der Wexer. Ich lasse euch gut. Ich lasse euch gut. Wir haben betalentierte Piloten hier. Ich lasse euch gut. Ich lasse euch gut. Ich lasse euch gut. Ah, der für's가. Okay. Ah, der hat eine War. Ich lasse euch azt werd und ich lasse euch gut. Wenn der Panzer was ist, kann ich sagen? Ja, du sch***, der kommt zu an, Alva. Nein, ach, ist der so ein Bastard drin. Bei dir, Tobi, hat du... Ja, da bin ich nicht sicher, wo, oder? Na, er hat mich gekriegt, scheiße. Wie er da mit dem Feinten kämpft, Alva. Ah, nein, 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 echt noch. Schade, dass ich den letzten unten in dem Trichter zu spät gesehen habe, dann hätte ich ihn auch noch weggemacht. Ja. 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 Ja.